Dann geht es heute um den Einstieg in das letzte Kapitel, das ist das Thema der Energiebilanzierung. Wir hatten beim letzten Mal da schon einen kurzen Blick reingeworfen, wie das so vonstatten geht. Und heute arbeiten wir das Schritt für Schritt durch. Es ist, wie ich finde, relativ überschaubar und selbsterklärend, noch mit dem vereinfachten Verfahren, was zulässig ist. Insofern denke ich mal, dass wir das gut hinkriegen, auch im Termin bleiben locker. Aber wir starten einfach mal rein. Noch kurz zur Auffrischung. Die Energiebilanzierung, die wir durchführen, erfolgt eigentlich so in drei Hauptschritten. Das hatten wir letztes Mal schon thematisiert. Wir fangen jetzt hier mit der inneren Bilanzgrenze an. Das ist der Heizwärmebedarf oder Nutzenergiebedarf. Das ist das, was hier blau umrandet ist. Und dazu gehören dann die Wärmeverluste und die Wärmegewinne. Das gucken wir uns dann gleich an, wie wir das bilanzieren und in welchen Zeitschritten wir vorgehen. Und werden dann im nächsten Kapitel, also in der Phase F, werden wir über Gebäudetechnik sprechen, weil das ist Bestandteil der Endenergie und auch der Primärenergie. Und werden uns da zum einen mit der Gebäudetechnik befassen, als auch mit der gesetzlichen Bewertung oder KfW-Bewertung, wenn es um Effizienzhäuser geht oder dergleichen mehr. So, das Verfahren, was wir anwenden, auch das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Es gibt drei Verfahren, die im Gebäudeenergiegesetz genannt sind. Das allgemeine Regelverfahren für Neubauten und auch Bestandsgebäude ist das Verfahren nach der DIN V18 599. Das ist hier unter 1 genannt. Damit muss ich zwingend alle Nichtwohngebäude rechnen, also Bürogebäude, Laborgebäude, muss ich zwingend nach dieser Norm rechnen. Das ist aber keine Norm mehr, die ich so richtig von Hand nachvollziehen kann, weil die gewisse Schleifenpferd iterative Prozesse enthält. Das heißt, die Verfahren nach 18 599 löst man in der Regel mittels einer Software. Bis Ende 2023 ist es noch möglich, nach dem vereinfachten Verfahren vorzugehen. Das ist auch das, was wir uns hier anschauen werden. Das ist das Verfahren zum einen aus der 4108 Teil 6 und was die Gebäudetechnik oder Anlagenbewertung angeht, aus der DIN 4701 Teil 10. Und da das Beiblatt. Also das werden wir uns anschauen. Das ist ein auslaufendes Modell. Das wird nicht mehr gültig sein, wenn Sie hier fertig werden oder fertig sind dann mit Ihrem Bachelor. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut geeignet, um eben auch gewisse Bilanzierungsprozesse von Hand nachzuvollziehen. Daneben gibt es noch ein drittes Verfahren. Das ist das Modellgebäudeverfahren nach Gebäudeenergiegesetz. Das ist in Anlage 5 zum Gebäudeenergiegesetz geregelt. Also wenn Sie da sich das Gebäudeenergiegesetz mal öffnen und anschauen, dann finden Sie da in der Anlage 5 die Beschreibung, unter welchen Voraussetzungen man dieses vereinfachte Modellgebäudeverfahren ansetzen oder verwenden darf. Auch da werden wir gleich kurz drauf Bezug nehmen. Also das sind die Verfahren. Und da gibt es noch ein paar exotische Dinge, die man dann mit einer thermischen Gebäudesimulation lösen kann. Das ist aber dann was für Sie, wenn Sie im Master das vertiefen wollen. Basis für all diese Schritte, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns hier das Ablaufschema nochmal anschauen. Wir müssen ja einerseits das geplante Gebäude bilanzieren, andererseits auch ein sogenanntes Referenzgebäude bilanzieren, das genauso aussieht, die gleiche Geometrie hat, das gleiche Volumen hat und so weiter. Basis für all das ist letzten Endes die Ermittlung der Eingangsdaten, der Grundparameter. Und dazu gehören gewisse Flächenberechnungen oder auch Volumenberechnungen. Das heißt, wir brauchen als erstes tatsächlich die Einzelflächen der Gebäudehülle und auch das beheizte Gebäudevolumen. Daraus leiten sich ganz viele Werte letzten Endes ab. Also die zwei Werte müssten Sie ermitteln. Das habe ich für das Beispielgebäude hier schon mal gemacht. Ich habe also aufgelistet, nach Himmelsrichtungen sortiert. Das brauchen wir jetzt nicht bei jedem Bauteil, aber Sie können sich vorstellen, dass wenn wir über solare Gewinne sprechen, es schon einen Unterschied macht, ob das Fenster auf der Nord- oder der Südseite ist. Also ich habe es erstmal nach Himmelsrichtungen ermittelt. Das kann man von Hand machen. Das kann man auch in SketchUp zum Beispiel machen, wenn Sie das Gebäude da gezeichnet hätten. Das können Sie auch natürlich mit dem CAD-Programm machen, wenn Sie das Gebäude da schon gezeichnet und erfasst haben. Wichtig für Ihren Endbericht an der Stelle ist, dass ein externer Prüfer das nachvollziehen kann, was Sie an Flächenberechnung da gemacht haben. Das heißt, die alleinige Flächenauflistung, so wie sie hier steht, ist für den Endbericht noch nicht ausreichend. Da müsste ich dann über Abbildungen, über die Ansichten oder über eine Perspektive in SketchUp, wie auch immer, müsste ich nachvollziehen können, wo kommt jetzt welche Fläche her und wie komme ich auf die Fläche. Also das habe ich für mein Beispiel Gebäude getan. Wenn Sie das schon für Ihr Gebäude gemacht haben, dann können Sie das jetzt auch entsprechend Schritt für Schritt nachvollziehen. Also entsprechend Nord-Ost-Süd-Westseite, Bodenplatte noch natürlich als orientierungsloses Bauteil und das Gebäudevolumen. Und bei dem Gebäudevolumen geht es tatsächlich um das sogenannte beheizte Volumen. Da gab es dann auch nochmal eine Skizze letztes Mal oder auch diese Abbildung hier, kann man da verwenden, ist im Skript also auch erklärt, was die wärmeübertragende Fläche ist und wo da die jeweiligen Systemgrenzen liegen. So, wenn man das getan hat, dann geht es weiter im Text. Das heißt, wir gucken uns jetzt Schritt für Schritt das Ganze an. Und das Erste, was man machen kann, ist, aus dem beheizten Volumen kann ich zwei Kenngrößen ableiten. Das ist zum einen das Luftvolumen, das beheizte Luftvolumen oder auch Nettovolumen, könnte man sagen. Das ist nicht der Netto-Rauminhalt. Also das ist nicht deckungsgleich mit dem Netto-Rauminhalt, sondern das ist eine abgeleitete Größe aus dem beheizten Volumen. Das ganze beheiztes Volumen hat auch nichts zu tun mit dem Brutto-Rauminhalt, den Sie ermitteln müssen für gewisse Kenngrößen im Bauantragsverfahren. Also das sind wirklich eigene Größen, da müssen Sie darauf achten, dass Sie da nicht das falsche Volumen oder die falsche Flächen nachher annehmen. Also aus dem beheizten Volumen ergibt sich zum einen das Luftvolumen, VL. Da kommen wir dann später nochmal drauf, wenn wir über die Lüftungswärmeverluste sprechen. Und wir können ermitteln aus dem beheizten Volumen die Netto- oder die Nutzfläche nach Gebäudeenergiegesetz, dieses AN. Denn das ist eine wichtige Kenngröße und das hat auch wiederum nichts zu tun mit irgendwie Hauptnutzfläche oder Flächen nach DIN 276 oder Wohnflächenberechnung. Also das ist auch eine, wenn Sie so wollen, eine fiktive Größe, die aus dem beheizten Volumen abgeleitet wird, um den Rechenaufwand zu vereinfachen oder zu beschleunigen. Also da muss man darauf achten, dass man da separate Größen ermittelt. Ich habe das hier oben schon mal für mein Gebäude getan. Luftvolumen, wie gesagt, das machen wir später nochmal, wenn es an die Stelle geht. Netto-Fläche bzw. Gebäudeenergie. Bezugsfläche, AN, habe ich auch schon mal hingeschrieben, brauchen wir auch später. So, das sind die Eingangsgrößen. Mehr brauche ich erstmal nicht. Und jetzt geht es rein in die Berechnung und wir unterhalten uns als erstes über die Wärmeverluste. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten im Kapitel A über die Wärmetransportvorgänge gesprochen. Da gab es drei Stück von. Es gab die Wärmeleitung. Das war, ja, da war der Wärmetransport entkoppelt vom stofflichen Transport. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich den Wärmetransport durch eine Außenwand mir anschaue. Das ist Wärmeleitung. Dann gab es noch Konvektion. Da war der Wärmetransport gekoppelt an einen stofflichen Transport. Und das ist immer der Fall, wenn Sie zum Beispiel das Fenster aufmachen, warme Luft geht raus, kalte Luft kommt rein. Das heißt, mit der warmen Luft wird auch die in dieser warmen Luft enthaltene Energie natürlich nach draußen transportiert. Das wäre ein konvektiver Vorgang. Und dann gab es noch Wärmestrahlung. Und Sie ahnen es, wo die auftritt, natürlich bei den solaren Gewinnen später. Da reden wir dann über Wärmestrahlung. So, und jetzt machen wir es Schritt für Schritt. Wir fangen an mit der Wärmeleitung. Und wo wird jetzt über Wärmeleitung Energie verloren oder transportiert? Das ist natürlich bei den Bauteilen der Fall. Und aber auch natürlich im Bereich der Wärmebrücken. Das heißt, die beiden Dinge untersuchen wir jetzt losgelöst voneinander. Und wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, nehmen wir das mal mit einem blauen Marker. Und schauen dann nochmal im Kapitel A nach, wie da der Wärmetransportvorgang für Wärmeleitung definiert war. Dann konnten Sie die Wärmemenge Q berechnen, indem Sie den U-Wert mit der Fläche des Bauteils multipliziert hatten. Multipliziert das Ganze mit der Temperaturdifferenz und dann kommt noch die Zeit mit rein. Also U-Wert ist klar, Fläche, Temperaturdifferenz und Zeit. Das war letzten Endes die Berechnung der Wärmemenge infolge Wärmeleitung. Wenn man sich die Formel mal anschaut, dann wird man feststellen, dass es da zwei Abteilungen gibt oder zwei Produktteile gibt in dieser Formel. Der eine Teil ist konstant, übers ganze Jahr gesehen. Das ist der hier, der ist konstant. Während des Jahres wird sich die Fläche des Bauteils nicht ändern und der U-Wert hoffentlich auch nicht. Den kann ich dann zusammenfassen oder den werde ich zusammenfassen und dann gibt es nämlich noch einen variablen oder veränderlichen Teil. Und das ist die Temperaturdifferenz und Zeit. Die hängen zusammen. Das werden wir dann auch nochmal ein bisschen später uns anschauen. Das heißt, in Abhängigkeit der Außenlufttemperatur ändert sich natürlich die Wärmemenge, die transportiert wird. Und wenn ich wissen will, wie viel Wärmemenge transportiert wird, dann muss ich natürlich auch die dazugehörige Zeit kennen. Da gab es Beispiele in Kapitel A, können Sie sich ja nochmal anschauen. Und jetzt werden wir zusammenfassen den konstanten Teil. Das Ding nennt sich dann Transmissionswärmeverlust, HT. Und den variablen Teil, den bringen wir später noch mit ins Spiel, wenn es um die Wärmeverluste tatsächlich geht. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Also HT ist erstmal nichts anderes als U mal A. Und natürlich habe ich jetzt nicht nur ein Bauteil, sondern ich habe viele Bauteile. Ich habe also für jedes Bauteil einen U-Wert, für jedes Bauteil eine Fläche. Und jetzt ist es ja so, dass nicht jedes Bauteil an die Außenluft grenzt. Sondern wir haben Bauteile, die an Erdreich grenzen. Wir haben Bauteile, die zu einem unbeheizten Dachraum vielleicht grenzen. Wir haben Bauteile, die vielleicht an eine unbeheizte Garage angrenzen. Das heißt, immer dann, wenn ich nicht Außenluft habe auf der Außenseite, habe ich eine andere Temperatur. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Formel da oben, U mal A mal Delta T mal T, wenn ich da U mal A ausklammern möchte sozusagen, dann muss ich immer natürlich mit dem gleichen Delta T multiplizieren. Und da habe ich ein Problem erstmal in der Formel. Weil wie gehe ich dann um mit Bauteilen, die eine andere Temperaturdifferenz haben, weil sie an Erdreich grenzen. Da hat man sich einen kleinen Trick einfallen lassen und hat dann gesagt, okay, wir ergänzen jetzt einen sogenannten Temperaturkorrekturfaktor Fx. Auch wieder von I. Und der kommt immer dann ins Spiel, wenn das Bauteil nicht an Außenluft grenzt. Das heißt, dieser Faktor Fx ist 1, wenn draußen Außenluft ist, und er ist kleiner 1, wenn es draußen wärmer ist, als die Außenluft zur gleichen Zeit. Das heißt, wir gucken gleich in der Tabelle nach, wie groß dieser Fx-Wert ist, dieser Temperaturkorrekturfaktor. So, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Gucken wir nochmal nach links in die entsprechenden Formeln rein. Und da sehen Sie genau das. Das ist nämlich hier. HT ist gleich die Summe aus U mal A mal Fx. Ja, nichts anderes. Und im Referenzbauteil oder Referenzgebäude mache ich das Ganze natürlich mit den Referenzu-Werten. Ansonsten ist es das Gleiche. Also die Fläche ist dieselbe, der Fx-Faktor ist der gleiche. Und das ist das Erste, was wir jetzt tun. Wir berechnen erstmal für die Bauteile die entsprechenden Wärmeverluste. Ich muss ein bisschen nach unten gehen. So, da geht's los. Und das Ganze bietet sich natürlich an in Tabellenform. Gesundheit, David. Also in Tabellenform bietet sich das Ganze an. Können Sie natürlich entsprechend auch später in Excel machen. Das ist jetzt kein großer Akt. Schauen wir uns das mal fürs Dach an. Wir haben eine Fläche des Daches ermittelt. Hatte ich ermittelt von 102,6 Quadratmetern. Und jetzt hatte ich aus der Vordimensionierung zum Beispiel einen U-Wert des Daches von 0,2. Jetzt gucken wir nach, wie ist der U-Wert des Referenzbauteils des Daches. Das finde ich wieder im Gebäudeenergiegesetz. Da gehe ich jetzt gerade nochmal hin. Guck das mal nach. So, da sind wir in der entsprechenden Tabelle des Referenzgebäudes. Und dann sehen wir hier in der Zeile 1.3. Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten. U-Wert Referenzgebäude 0,2. Also hier unterscheidet sich nicht der U-Wert des geplanten Gebäudes von dem des Referenzgebäudes. Kleine Anmerkung, das wird sich bei Ihnen wahrscheinlich unterscheiden, wenn Sie zum Beispiel ein KfW-Effizienzhaus planen. Wir werden sehen, ob das bei mir funktioniert. So, jetzt gucken wir uns den Temperaturkorrekturfaktor an. Das Dach grenzt bei mir an Außenluft. Das heißt, ich habe einen Temperaturfaktor von 1,0. Jetzt kann ich das durchmultiplizieren. Fläche mal U. Mehr ist es erstmal nicht. Ich mache mal 1 und ich komme auf einen Transmissionsverlust von 20,52. Sowohl für mein geplantes Gebäude, als auch für mein Referenzgebäude. So, das ist eigentlich der ganze Zauber. Jetzt machen wir das nochmal für ein Bauteil, wo ich jetzt außen nicht Außenluft habe. Und gucken uns das mal an. Das wäre zum Beispiel für die Garage. Außenwand zur Garage habe ich. Mit einer Fläche von 15,1 Quadratmetern. Geplantes Bauteil ist bei mir die gleiche Außenwand, wie auch sonst im Gebäude. Das heißt, einen U-Wert im geplanten Gebäude habe ich hier vordimensioniert mit 0,24. Jetzt gucken wir uns wieder die U-Werte im Gebäudeenergiegesetz an. Und sehen da Außenwand, Geschossdecke gegen Außenluft, Zeile 1,1. Oder Zeile 1,2 könnte ich auch nehmen. Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatten, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen. 0,35 ist jetzt die Frage, was ich da ansetze. Ja, das ist jetzt, also man kann streng genommen natürlich auch nehmen die Garage als unbeheizten Raum. Das ist jetzt eine Ermessensfrage, würde ich sagen. Also man kann, das wäre legal, so würde ich sagen, wenn man da einen Referenz-U-Wert von 0,35 nimmt. Dann ist aber die Frage, wie gut ist denn die Garage sozusagen erwärmt im Winter und kühlt die nicht komplett durch, wenn das Garagentor am Tag vielleicht vier, fünf Mal aufgemacht wird. Also es ist ja streng genommen nicht so wirklich ein so unbeheizter Raum, wie es jetzt ein unbeheizter Kellerraum zum Beispiel wäre oder ein unbeheizter Dachraum. Das heißt, es ist in gewisser Hinsicht eine Ermessensentscheidung, ob Sie jetzt als Referenz-Bauteil 0,35 oder 0,28 ansetzen. Da kann man mal überlegen, was ist jetzt, welcher Wert ist sozusagen, liegt auf der sicheren Seite. Die Überlegung kommt ganz oft ins Spiel, wenn Sie Statik machen oder Hydraulik bemessen. Also die Entscheidung oder die Frage bei einer Entweder-Oder-Entscheidung legt man sich in der Regel dann auf die sogenannte sichere Seite. Und das wäre in dem Fall nicht die 0,35, weil dann würde ich ja den Wärmeverlust meines Referenz-Gebäudes noch höher einschätzen, sondern das wäre die 0,28. Ist meine Ermessensentscheidung. Ein Nachweis, wo da jetzt 0,35 steht, wäre auch nicht falsch im Sinne der Verordnung, legt nur etwas mehr auf der unsicheren Seite. So und jetzt müssen wir uns anschauen, die Garage ist ein unbeheizter Raum in meiner Definition. Er wird also im Winter schon etwas wärmer sein als die Außenluft. Jetzt gucken wir uns mal die Tabelle an, die diese Temperaturfaktoren auflistet. So, da sind wir. Schauen wir uns das einfach mal an. Temperaturfaktoren gemäß dieser DIN 4108 Teil 6. Das ist ein bisschen größer. So, was habe ich? Ich habe Außenwand natürlich, aber nicht gegen Außenluft, sondern Wände und Decke gegen Abseiten. Das wäre die Zeile 5. Oder Wände, Decken gegen unbeheizte Räume wäre die Zeile 6. Oder Wände und Decken gegen niedrig beheizte Räume wäre die Zeile 7. Dann haben wir noch Wände und Decken gegen unbeheizte Glasvorbauten. Das wäre ein Wintergarten, ist eine Garage sicherlich nicht. Also die Frage ist, nimmt man jetzt die Zeile 5, 6 und 7 oder 7. Eine Abseite ist im Dach eher angeordnet, fällt also weg die Zeile 5. Niedrig beheizt wird die Garage wahrscheinlich auch nicht sein, sondern es wäre ein unbeheizter Raum. Insofern wäre der Temperaturfaktor 0,5. Gehen wir wieder runter. So, das heißt an der Stelle Temperaturfaktor 0,5. Und jetzt kann ich wieder durchmultiplizieren, Fläche mal U-Wert mal Fx. Und das Ganze für das Referenzgebäude auch. Und so geht das letzten Endes weiter. Jetzt gucken wir uns noch zwei Bauteile an, wo ich auf der Außenseite jetzt nicht wie hier Luft habe, die etwas wärmer ist, sondern erdreich. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die Kelleraußenwände an. Die haben eine Fläche von 112,3 Quadratmetern und in meinem geplanten Fall einen U-Wert von 0,30. Und im Referenzgebäude wäre es 0,35. Und jetzt geht es wieder um den Temperaturfaktor, Kelleraußenwand. Gehen wir wieder hoch. So, und dann sehen wir hier unten noch einen eigenen Abschnitt dieser Tabelle. Temperaturkorrekturfaktoren für Bauteile gegen Erdreich. Also da bewege ich mich jetzt. So, was haben wir? Fußboden ist es nicht. Wand des beheizten Kellers. Das wäre doch mal was, was in Frage kommt. Also Wand des beheizten Kellers, Zeile 15. Und jetzt hängt das Ganze ab. Da sehen wir jetzt nicht nur einen Wert, sondern wir sehen zwei verschiedene Werte. 0,4 oder 0,6. Und diese Spalte, ja, das ist die Spalte 3, hängt jetzt von Eingangskenngrößen ab. Die erste Eingangskenngröße, die Sie da sehen, ist B'. B', gucken wir uns gleich an, was das ist. Und dann hängt das nochmal ab von einem Widerstand. Rf, beziehungsweise Rw, Rf für Fußboden oder Floor und W für Wand. Also die Frage ist, was bedeuten diese zwei Kenngrößen? Das ist in den Fußnoten erklärt. B' ist der sogenannte exponierte Umfang der Bodenfläche. Ist jetzt immerhin eine Erklärung, aber jetzt nicht nur besonders hilfreiche. Was ist denn der exponierte Umfang? Das kann man hier erläutern. Exponierter Umfang ist, wenn Sie jetzt ein freistehendes, jetzt im Grundriss gezeichnet, freistehendes Gebäude hätten, wäre der exponierte Umfang, der ganz normale Umfang meiner Bodenplatte. Das wäre P. P ist der exponierte Umfang meines Kellergeschosses sozusagen. Wenn ich jetzt nicht ein freistehendes Einfamilienhaus habe, sondern wie vielleicht einige von Ihnen ein Reihenhaus, was vielleicht so versetzt ist, dann ist der exponierte Umfang der Teil der Bodenplatte, der, wenn Sie so wollen, frei liegt, ans Erdreich angrenzt. Oder wenn Sie jetzt natürlich eine komplette Reihenhaussituation haben, dann ist auch klar, was der exponierte Umfang ist. Das natürlich nicht. Dann wären das nur die Stirnseiten. Dann wäre das der exponierte Umfang. Also es ist der Teil der Bodenplatte, der Umfang der Bodenplatte, der frei ans Erdreich angrenzt. Jetzt ist die Frage, wie ist das bei meinem Gebäude? Und da habe ich ja erst mal im Kellergeschoss geschaut, den Keller, aber im Erdgeschoss liegt da ja so eine Garage drin. Jetzt ist die Frage, berücksichtige ich die oder berücksichtige ich die nicht? Auch da ist es so, dass man drüber streiten kann, ob man diese höher liegende Garage noch mit berücksichtigt beim exponierten Umfang oder eben nicht. Und bei so einem Fall, da gibt es auch eine Auslegung des Deutschen Instituts für Bautechnik, wie damit vorzugehen ist oder umzugehen ist, ignoriert man die Bauteile, die quasi ein Geschoss drüber erst anfangen. Das heißt, mein exponierter Umfang wäre der normale Umfang meiner Bodenplatte. So, jetzt kann man das mal rechnen. Das mache ich mal. So, wir hätten also in meinem Fall, da können Sie jetzt in die Pläne gehen, wie gesagt, dieses Bodenplattenmaß B', das ist erst mal die Fläche der Bodenplatte, dividiert durch den halben exponierten Umfang. Die Fläche der Bodenplatte finden Sie ja oben in der Flächenermittlung, das sind 83,17 Quadratmeter, dividiert durch 0,5 mal. Und wenn Sie jetzt den Umfang meiner Bodenplatte sich mal anschauen, dann sind das 32 Meter, sodass ich ein Bodenplattenmaß habe von 5,2 Meter. Das wäre in meinem Fall das Bodenplattenmaß B'. Jetzt gucken wir mal hier rein. B', kleiner 5, großer 5 oder zwischen 5 und 10 oder größer als 10. Das heißt, in meinem Fall liege ich in dem Bereich zwischen 5 und 10 Metern. Und jetzt gibt es noch diese zweite Größe, Rf bzw. Rw. Gucken wir uns an, was das ist. Rf, Rw, das ist der Wärmedurchlasswiderstand meiner Kellerbodenplatte oder meiner Kelleraußenwand. Und da wird nur unterschieden zwischen kleiner 1 oder größer 1. Auch da kommen wir durch Nachdenken schon relativ gut weiter. Rf ist der Widerstand, der Durchlasswiderstand. Ja, wir machen eine kleine Nebenrechnung. Rf bzw. Rw ist das bei mir, ist der Durchlasswiderstand. Durchlasswiderstand ist der Kehrwert des U-Wertes. Minus. Und jetzt muss ich den Übergangswiderstand abziehen auf der Innen- und auf der Außenseite. Auf der Außenseite habe ich aber keinen Übergangswiderstand, weil ich ja Erdreich habe. Das ist 0. Das heißt, ich muss vom U-Wert, den Kehrwert des inneren Übergangswiderstands abziehen. So, jetzt machen wir das einfach mal. Geht ja relativ schnell. Ich habe als U-Wert 0,3 minus 1 durch und auf der Innenseite eine Wand 0,13. Das kann man natürlich ausrechnen. 0,13. Davon der Kehrwert. Ne, plus. 0,3. Dann steht das da unten. Dann wieder. Ja, da ist irgendwas vertippt. So, 0,13. Kehrwert. Und dann das Ganze plus 0,3. Ne, stimmt ja gar nicht. Entschuldigung. Wieder was Falsches gemacht. Ich muss das anders machen. Also, 1 durch U minus RSI plus RSI. So rum muss ich es machen. Also, 1 durch 0,3 minus 0,13. So rum muss ich es rechnen. Also, 0,3. Und davon wieder der Kehrwert. Das heißt, ich habe einen, ähm, wieder einen Fehler gemacht. Es ist halt irgendwie auch doof, wenn man das nicht konzentriert macht. Der ganze Kehrwert muss weg. Ich hoffe, Sie kommen noch mit. Ich entschuldige mich für die kleinen Verwirrungen hier. Und jetzt passt das Ganze. Also, letzter Versuch. 0,3. Sonst gebe ich auf. Minus 0,13. Drei davon abziehen. Das heißt, ich habe einen Widerstand. Es geht ja um Widerstand von 3,2 Quadratmeter Kelvin pro Watt. So, das ist mein Widerstand. Und es geht nur um die Entscheidung. Größer 1 oder kleiner 1. Und jetzt sehen Sie, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen. Ja, das ist, ähm, ja, relativ witzlos, das Ganze sich anzuschauen, weil Sie beim Neubau immer einen Widerstand haben werden, der deutlich über 1 liegt. Insofern kann man beim Neubau immer davon ausgehen, dass Sie in diesem Bereich hier sein werden. Immer. Das können Sie ohne Nachweis direkt annehmen, weil Sie haben U-Werte, die immer deutlich unter 1 liegen. Außer beim Fenster. Aber ein Fenster wird ja nicht gegen Erdreich angrenzen. Das heißt, für unser Beispielgebäude oder mein Beispielgebäude, Band des beheizten Kellers, hätte ich jetzt einen Temperaturfaktor von 0,6. Also, es entscheidet sich letzten Endes nur dadurch, welches Bodenplattenmaß B' Sie haben. So, gehen wir nochmal runter. Da sind wir. Also, Temperaturfaktor 0,6. Führt dann zu folgenden Verlusten. Auch das können wir nochmal berechnen. Die 112,3 multipliziert mit 0,3 multipliziert mit 0,6. 20,21. Und das Ganze dann auch noch für das Referenzbauteil. Also, einfach rausgerechnet, geteilt durch 0,3 mal 0,35. 23,58. Und so rechnen Sie alle Bauteile letzten Endes aus, Ihres Gebäudes und gleichzeitig auch des Referenzgebäudes. Das habe ich jetzt mal gemacht. Wie in einer guten Kochsendung habe ich da was vorbereitet. 5,541,8 ist die Summe der Höhlfläche. Ja, die habe ich ja so auch. Und ich habe die Transmissionsverluste meines Gebäudes. Das sind 147,37. Und des Referenzgebäudes 172,98. Das ist schon mal gut so. Ihr geplantes Gebäude darf natürlich keinen Transmissionsverlust ausweisen, der schlechter ist als der des Referenzgebäudes. So, das sind die Transmissionsverluste über alle Bauteile. Wie geht es weiter? Gehen wir nochmal zurück zum Ablaufschema. Da sind wir. Das heißt, wir haben berechnet die beiden Kenngrößen. Und jetzt muss ich mich beschäftigen mit den Wärmebrücken. Das ist der nächste Schritt. Bei den Wärmebrücken funktioniert es letzten Endes genauso. Also wenn ich jetzt hier, das sind die Bauteile letzten Endes, wenn ich jetzt hier den Wärmeverlust der Wärmebrücken bestimmen will, dann rechne ich nicht mit dem U-Wert, sondern wäre das der Psi-Wert der Wärmebrücke multipliziert mit der Länge der jeweiligen Wärmebrücke. wieder multipliziert mit Delta T und der Zeit. Das heißt, auch hier kann ich jetzt wieder hingehen und diesen konstanten Teil zusammenfassen, indem ich sage, Psi-Wert mal Länge mal Fx für das jeweilige Bauteil. wobei Fx nicht auftaucht, weil das schon im Psi-Wert mit drin steckt. Also wenn Sie da schauen, Sie haben ja Wärmebrücken, zum Beispiel Sockeldetail, Fundamentdetail, da war ja auf der Außenseite schon erdreich, mit einer anderen Temperatur, wenn Sie sich erinnern. Das heißt, der Fx-Wert taucht hier gar nicht auf, der steckt im Psi-Wert schon mit drin. Ansonsten, die Formel ist das Gleiche, also Wärmebrückenverluste, Psi-I mal L-I. Jetzt gibt es einen kleinen Exkurs, Exkurs, nämlich, dass man an der Stelle auch etwas fauler sein darf. Sie sehen jetzt hier den Ausschnitt aus der entsprechenden Norm dazu. Sie sehen oben wieder unsere bekannte Formel, das heißt, wir hatten hier die Bauteile, wir haben hier die Wärmebrücken, den Rest lassen wir mal weg, das sind letzten Endes Verluste, die in diesem Psi-Wert mit drin stecken, in dem Temperaturkorrekturfaktor mit drin stecken. Da ist das entsprechend dann auch mit berücksichtigt. Jetzt gucken wir uns mal an die Wärmebrückenverluste und da gibt es drei Möglichkeiten. Das, was wir machen werden, ist ein detaillierter Nachweis. Ja, wir haben die Psi-Werte bestimmt für alle unsere Wärmebrücken und die Längen bestimmt. Wenn man im Planungsprozess jetzt noch früher wissen will, was energetisch rauskommt, dann gibt es auch pauschale Ansätze, die man wählen kann. Sie sehen jetzt noch drei Zeilen darüber. Fangen wir mal mit der Zeile A an. 0,1 mal A gesamt. Das müssen Sie ansetzen, wenn Sie sich mit den Wärmebrücken gar nicht beschäftigen wollen. Dann gibt es einen halb so großen Wärmebrückenverlust. Zeile B. 0,05 mal A gesamt. Das ist für den Fall, dass Sie alle Wärmebrücken entsprechend bei Platz 2 berücksichtigen. Das ist dieses Wärmebrücken-Bi-Platt aus der Norm. Und zwar da die schlechte energetische Kategorie A. Und wenn Sie überall die bessere Kategorie B wählen können, dann liegt der Wärmebrückenverlust nur noch bei 0,03 mal A gesamt. Das wäre für einen Vorkonzeptionsfall. Das heißt, Sie haben noch keine Detailplanung gemacht, Sie haben noch keine Wärmebrücken berechnet und wollen trotzdem schon energetisch bilanzieren. Dann verwenden Sie diese pauschalen Zuschläge. Wir gucken mal, wie das im Referenzgebäude ist. Auch da schauen wir mal hin. Wärmebrückenzuschlag. Da unten sehen Sie es. 0,05 ist dieser Zuschlag zum U-Wert. Delta Uwb heißt das Ding auch. Das heißt, das Referenzgebäude geht davon aus, dass alle Wärmebrücken nur die schlechte energetische Kategorie einhalten werden. So, und jetzt können wir uns das anschauen oder berechnen, besser gesagt. Transmissionsverluste der Wärmebrücken. Da haben wir einmal einmal das geplante Gebäude. Da haben wir ja bereits in Kapitel B5, ne, in Kapitel C müsste das gewesen sein, Wärmebrücken, bereits die Wärmebrücken detailliert betrachtet. Da haben Sie Psi-Werte rausgesucht und Sie haben Längen, Bezugslängen rausgesucht. Das heißt, da entnehme ich jetzt einfach für mein Musterhaus, für mein Beispielgebäude, den Wärmebrückenverlust mit 1,46 Watt pro Kelvin. Und wie ist das jetzt im Referenzfall? Naja, da ist der Wärmebrückenzuschlag, also Delta UWB 0,05 Watt pro Quadratmeter Kelvin gemäß Gebäudeenergiegesetz und daraus ergibt sich dann der Wärmebrückenzuschlag zu 0,05 mal A Gesamt und A Gesamt ist das da oben. Das heißt, 541,8 wäre die entsprechende Fläche und dann sehen Sie, dass da was ganz anderes rauskommt. Das ist nämlich 27,1 Watt pro Kelvin. Das heißt, der Wärmebrückenverlust des Referenzgebäudes ist um ein Vielfaches größer als mein geplantes Gebäude oder der des geplanten Gebäudes. Zum Vergleich könnte man jetzt hier auch nochmal ausrechnen diesen Zuschlag Delta UWB in dem ich das entsprechend umstelle. Ich habe den Gesamtwert und wenn ich den jetzt natürlich also die 1,47 durch die Fläche teile 5,541,8 dann habe ich quasi den Wärmebrückenzuschlag meines geplanten Gebäudes und dann sehen Sie, dass der sehr niedrig sein wird. 1,47 geteilt durch 541,8 da liegt nur bei 0,03 0,00 Entschuldigung da fehlt noch eine 0 0,03 0,003 ist der Wärmebrückenzuschlag Watt pro Quadratmeter Kelvin meines geplanten Gebäudes. Das heißt, der ist sehr, sehr optimiert könnte man sagen oder die Bilanzierung über die Bauteile ist schon genau genug. So könnte man es auch sagen. Also da ist viel Potenzial in der Rechnung drin und deswegen empfiehlt es sich auch ganz dringend wenn Sie so ein energieeffizientes Gebäude planen eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchzuführen weil Sie sonst ganz viel Energie verschenken in Anführungsstrichen weil Sie nicht genau genug rechnen. Also da sind wir deutlich besser als der Referenzwert des Referenzgebäudes. Und jetzt kann ich Sie können es oben im Ablauf Diagramm mal nachlesen jetzt addiere ich beide Transmissionsverluste zu meinem Gesamttransmissionsverlust also HT des vorhandenen Gebäudes ist dann die Summe aus HT plus Wärmebrückenverlust und HT vorhanden waren die 147,4 Watt pro Kelvin und die Wärmebrückenverluste 1,46 die 147,4 die kommen da oben her so und die Summe ist 148,9 Watt pro Kelvin jetzt kann ich das noch ein bisschen nach oben schieben weil ich noch eine Zeile rechnen muss und aus dem Wert kann ich jetzt einen flächenbezogenen Wert machen ich beschreibe das mal groß sonst suchen sie sich nachher kaputt was da jetzt der Unterschied ist also HT' vorhanden und das ist nichts anderes als das Ganze zu beziehen auf die gesamte Hüllfläche wiederum ich hoffe dass ich noch irgendwie zu hören bin David bist du noch da? ok weil mein Bild irgendwie hängt insofern wenn es läuft ist gut wenn nicht dann melden sie sich also ich beziehe das Ganze auf die gesamte Hüllfläche das heißt ich dividiere jetzt die 148,9 durch meine gesamte Hüllfläche wieder das sind die 541,8 und habe dann einen auf die Oberfläche bezogenen Transmissionsverlust von 0,275 Watt pro Quadratmeter Kelvin und das ist sowas ähnliches wie ein mittlerer U-Wert den wir da berechnet haben die Formel dazu finden sie wieder oben im Ablauf Diagramm jetzt gucken wir uns das ganz schnell noch an für das Referenzgebäude also HT Referenz ist dann auch wieder oder HT Referenz insgesamt könnte man auch schreiben ist dann auch die Summe wiederum diese 172,98 plus die Wärmebrücken 27,1 die Summe daraus sind dann 200,1 Watt pro Kelvin und da kann ich dann auch wieder HT Strich Referenz berechnen und erhalte einen spezifischen auf die Wärme übertragende Fläche bezogenen Transmissionswärmeverlust heißt das Ding von 0,369 Watt pro Quadratmeter Kelvin also deutlich höher als mein vorhandener Wert so gehen wir kurz hoch ins Ablaufschema kommen gleich wieder zurück und haken mal ab was wir jetzt hier gemacht haben so wir haben berechnet die Wärmebrücken wunderbar wir haben die Summe berechnet und jetzt sind wir schon in der Lage den ersten Nachweis zu führen nach Gebäudeenergiegesetz schauen wir uns den an und der besteht nur aus einem Nachweis dass nämlich der vorhandene spezifische Transmissionswärmeverlust nicht größer sein darf als der des Referenzgebäudes Sie ahnen es das funktioniert Sie haben es noch im Kopf die 0,27 sind natürlich kleiner als die 0,369 also das wird funktionieren wir machen das gleich mal und wenn ich jetzt plane ein Energieeffizienzgebäude nach KfW-Standard zu errichten muss ich noch einen weiteren Nachweis führen ja also ich marschiere in die Richtung ja ich möchte das zumindest überprüfen ob ich ein Effizienzhaus erreichen würde und da muss ich jetzt den Transmissionsverlust abmindern um einen bestimmten Faktor der steht wiederum in den Richtlinien der KfW drin oder jetzt gibt es auch eine neue das BEG für Energieeffizienz Bundesgesetz oder Bundesprogramm Energieeffiziente Gebäude und diese Abminderungsfaktoren die muss ich jetzt in Ansatz bringen das wäre für ein Effizienzhaus 55 und das hier wäre für ein Effizienzhaus 30 der Fall also je nachdem wie niedrig der Wert sein soll oder wie ambitioniert ihr Ziel ist desto geringer ist dieser Faktor und die beiden Nachweise müssen wir jetzt uns auch nochmal anschauen gehen wir also wieder zurück zurück 40 Entschuldigung Entschuldigung danke 30 gibt es gar nicht hier sind wir danke so gehen wir wieder zurück so da sind wir also erstmal der Nachweis nach Gebäude Energiegesetz den müssen wir führen das heißt da haben wir den Nachweis HT vorhanden das sind die 0,275 Watt pro Quadratmeter Kelvin und auf der einzuhaltenden Seite die 0,369 Watt pro Quadratmeter Kelvin und das ist der Referenzwert und klar ja natürlich funktioniert das ist kleiner wunderbar Gesetz eingehalten jetzt können wir weitergehen Richtung Effizienz aus also ich mache hier mal A dran an das Ganze schiebe das noch ein bisschen hoch so und B wäre jetzt mein Effizienz Haus beziehungsweise die Frage ob ich ein Effizienz Haus habe das hier war mal grün das heißt da haben wir die 0,275 als vorhandenen Wert und hier auf der Seite steht dann die 0, ein bisschen tiefer 0,369 multipliziert mit 0,70 und das ist dann 0,369 multipliziert mit 70% 0,258 und das wäre der entsprechende Fall HT Referenz für Effizienz Haus 70 das schreibe ich noch rot Effizienz Haus 70 hier stehen wieder die 0,275 so und dann sehen wir ohne große Mühe ja das ist falsch rum der vorhandene Wert ist größer als der des Effizienz Hauses 55 natürlich auch passt dann mit dem Nachweis Effizienz Haus 40 das ganze nicht das heißt es wäre kein Effizienz Haus im Moment wenn ich jetzt eine Effizienz Haus anstreben würde dann müsste ich was tun gehen wir nochmal hoch auch das finden sie da oben so jetzt bin jetzt bin ich erstmal in der Richtung hier unterwegs das heißt ich halte den Nachweis nicht ein und dann gibt es nur eine Möglichkeit Optimieren der Gebäudehülle was kann ich tun bei der Optimierung der Gebäudehülle ich kann die U-Werte verringern ich kann die Wärmebrücken optimieren ich kann Flächen verkleinern was aber irgendwie nicht so wirklich praxisrelevant ist oder sinnvoll ist das heißt ich kann nur die U-Werte verkleinern oder die Wärmebrücken die Psi-Werte die Wärmebrücken waren in unserem Fall schon sehr sehr gut da ist nichts mehr rauszuholen das heißt ich muss tatsächlich an die U-Werte gehen wie man das macht das können Sie auch sehen in dem Video zu Dämmwerk da gibt es ein separates Video zu Optimierung oder wenn ich ein Effizienzhaus Niveau anstrebe wie ich das tue wie ich da vorgehe ich picke mir natürlich das Bauteil raus was die größten Wärmeverluste vielleicht erstmal verursacht und nicht jetzt die Haustür also nur die Haustür zu verbessern wird uns da jetzt noch nicht retten so wie geht es weiter mal angenommen ich habe das dann nachgewiesen oder ich sage okay dann wird es halt kein Effizienzhaus dann gehe ich im Ablaufschema weiter und bin in der nächsten Kategorie drin und das sind die Lüftungswärmeverluste wie berechne ich Lüftungswärmeverluste das ist ja Konvektion also auch das haben wir uns ja schon angeschaut im ersten Kapitel im Kapitel A diesen Transportmechanismus und ich kann hier so ähnlich vorgehen wie bei den Wärmeverlusten der Bauteile auch das heißt ich klammere jetzt erstmal alle konstanten Anteile aus das heißt Delta T die Temperaturdifferenz und Zeit die klammere ich aus und beschäftige mich mit dem konstanten Teil und das ist letzten Endes nichts anderes als das Luftvolumen was ausgetauscht wird mit der entsprechenden Wärmekapazität von Luft das sehen sie steht hier schon wir gucken uns das trotzdem nochmal im Tabellenbuch an beziehungsweise hier gibt es auch ein eigenes Thema zum Kapitel Lüftungsverluste da sind wir Lüftungsverluste da steht's Lüftungswärmeverluste so da sehen wir hier das Pendant zu den Transmissionsverlusten ist HV Ventilation V für Ventilation und da gibt es zwei Fälle die ich jetzt unterscheiden muss das eine ist freie Lüftung also Fensterlüftung wenn sie nur die Fenster auf und zu machen wollen und dann gibt es den Fall dass sie vielleicht eine maschinelle Lüftung haben möchten das heißt das Thema hier ist natürlich und das finden sie hier auch abhängig von ihrem Lüftungskonzept das heißt hier müsste eigentlich auch stehen Lernphase D nicht nur F weil in ihrem Lüftungskonzept haben sie ja schon sich entschieden wollen sie Fensterlüftung machen reicht das aus oder wollen sie eine Zu- und Abluftanlage haben das muss natürlich konsistent sein das heißt da dürfen sie keine Widersprüche haben wir gucken uns jetzt erstmal an beide Fälle das heißt wir nehmen mal an so wie das bei meinem Musterhaus auch war ich bräuchte keine maschinelle Lüftungsunterstützung und der Bauherr weiß noch nicht ob er eine Lüftungsanlage bauen soll weil das kostet natürlich Geld insofern müssen wir jetzt hier mit zwei Varianten weiter rechnen das spiele ich jetzt mal durch diese zwei Varianten ich gehe mal runter Sie können das entsprechend im Skript ja immer hin und her blättern wo ich eben war wichtig gemäß Lüftungskonzept das Ganze zu tun und jetzt gucken wir uns für mein geplantes Gebäude mal zwei Varianten an einmal ohne Raumluft technische technische Anlage das heißt ich arbeite mit Fenster Lüftung und wenn Sie jetzt oben im Tabellenbuch nachschauen ich gehe da nochmal hoch weil das ist dann schon wichtig dass Sie es verstehen sowieso alles wichtig dass Sie es verstehen jetzt gucken wir uns an Luftwechselrate bei freier Lüftung also der Abschnitt ganz oben da haben wir zwei sogenannte Luftwechsel Raten Luftwechselrate heißt wie oft pro Stunde tauscht sich das Luftvolumen aus das ist die Luft Wechselrate und da sehen wir es gibt zwei verschiedene 0,7 oder 0,6 und das Ganze hängt dann davon ab ob Sie mit oder ohne Luftdichtheitsprüfung arbeiten Luftdichtheitsprüfung wäre ein sogenannter Blower Door Test was das ist da gibt es Videos zu Sie testen quasi Ihre Luftdichtheit wir hatten im Kapitel B5 war es glaube ich darüber gesprochen das heißt über im Kapitel D war es auch also luftdichtes bauen warum das wichtig ist oder nicht und wie man das testet mit so einem Blower Door Test und da sagt jetzt der Gesetzgeber wenn du die Luftdichtheit testest dann wird die Qualität der Luftdichten Ebene auch höher sein dann darfst du auch mit einer geringeren Luftwechselrate arbeiten also mit Blower Door Test könnte ich einen Luftwechsel ansetzen von 0,6 das werden wir auch tun und das wäre auch immer meine Empfehlung dass sie immer einen Blower Door Test durchführen weil es eine gute Qualitätssicherung ihres Bauwerks ist so was brauche ich noch ich brauche das Luftvolumen Luftvolumen steht hier unten auch Nettovolumen das heißt das ist nicht das Nettovolumen sondern das ist ein festgelegter Wert der abgeleitet wird aus dem beheizten Volumen ihres Gebäudes da sehen wir da gibt es auch zwei Werte 0,8 oder 0,76 mal Ve und Ve ist das beheizte Volumen und das hängt davon ab wie viele Vollgeschosse sie haben in meinem Fall bis zu drei Vollgeschosse das heißt in meinem Fall wäre das 0,76 mal Ve und das hatte ich ja auch schon ausgerechnet und hingeschrieben wie hoch das bei meinem Gebäude ist dann gibt es noch die spezifische Wärmespeicherfähigkeit der Luft und das ist natürlich ein pauschaler Wert eine konstante also 0,34 ist das immer kann man nachgucken im Tabellenbuch so das können wir jetzt mal ausrechnen also ich gehe ich gehe davon aus dass ich einen blauer door test durchführe das heißt ich habe einen spezifischen Lüftungswärmeverlust n mal v luft mal 0,34 ich schreibe die konstante direkt hin n wäre jetzt 0,6 wegen des blauer door tests mein luftvolumen liegt bei achso geht es erstmal um die luftwechselzahl n na gut das andere rechnen kommt später also n jetzt will ich die formel nicht ändern falls ich schon mit geschrieben haben liegt bei einer Fensterlüftung bei 0,6 und spezifische Lüftungswärmeverluste das habe ich dann da unten getrennt für den Fall dass ich eine Fensterlüftung habe liegt dann bei n mal vl mal 0,34 das heißt 0,6 mal luftvolumen 641 0,4 kubikmeter mal 0,34 das heißt ich habe Lüftungswärmeverluste in der Größenordnung 130 0,8 watt pro kelvin bei Fensterlüftung so und wenn ich jetzt eine raumlufttechnische Anlage baue also mit Raumlufttechnik gemäß meinem Lüftungskonzept D dann berechnet sich das etwas anders mit der Luftwechselzahl wir gehen nochmal hoch Luftwechselrate bei maschineller Lüftung ja n berechnet sich aus Na mal 1 minus Eta V plus Nx was ist das jetzt Na ist der sogenannte Anlagenluft wechsel der liegt pauschal bei 0,4 und Eta V ist der sogenannte Ausnutzungsfaktor des Zu- und Abluft systems und das wird auch bezeichnet als Ausnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung Eta WRG und das ist eine Herstellerangabe in der Praxis oder sie können auch pauschale Sachen nehmen 0,6 oder 0,8 das ist da weiter erklärt und dann gibt es noch Nx und Nx liegt bei meinem System bei 0,2 da müssen wir aber auch gleich auf diese Fußnote 1 gucken so jetzt gehen wir mal zurück und füllen das ganze mal mit Zahlen Luft Wechselzahl mit Raumluft Technik ich nenne es mal so das heißt da haben wir Na mal 1 minus Eta Wärmerückgewinnung plus Nx Na war immer 0,4 1 minus und jetzt schaue ich mal den Ausnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung nach schreiben sie es noch nicht hin da kommt jetzt gleich noch eine Besonderheit ins Spiel das heißt wir hatten beim letzten Mal hatte ich was man nehmen kann und da sehen sie auch schon passender weise den Wärme bereit stellungs grad etta wärmerückgewinnung beträgt 75% das heißt jetzt könnte man eigentlich auf die idee kommen da 0,75 einzutragen aber Achtung aufgepasst jetzt gehe ich noch mal hoch jetzt müssen wir unten mal drüber reden völlig klar ist dass diese Wärmegutschrift durch die Lüftungsanlage dass sie sich die nur einmal geben können das ist denke ich unstrittig also zweimal irgendeine Gutschrift buchen funktioniert nicht eine Möglichkeit diese Wärmegutschrift zu buchen ist bei der Reduzierung der Lüftungswärmeverluste über die Reduzierung der Luftwechselzahl n dann müsste ich da jetzt gleich unten 0,75 eintragen dann dürfte ich aber diese Wärmegutschrift nicht mehr berücksichtigen wenn ich später die Anlagentechnik mit ins Spiel bringe und da ist es so und das ist hier noch mal nachzulesen dass in dem Diagramm oder Tabellenverfahren nach der 47.01 Teil 10 was wir verwenden werden wenn da die Wärmerückgewinnungs Gutschriften in der Anlagentechnik berücksichtigt werden dann darf ich das nicht bei der Luftwechselzahl auch noch machen dann hätte ich es doppelt berücksichtigt das heißt bei der Berechnung der Luftwechselzahl n darf ich nicht diese Wärmegutschriften berücksichtigen einmal schütteln und später darauf vertrauen dass die Programme das richtig machen das wäre nicht so gut weil die sind doof die Programme das heißt hier an der Stelle muss ich mit 0 rechnen plus nx lag bei 0,2 das heißt hier kommt genauso 0,6 raus wie bei der Fensterlüftung auch und diese 0 die kommt aus dem Hinweis zur DIN 4701 Teil 10 deswegen muss ich da 0 reinschreiben wenn sie mit der DIN 18599 rechnen dann wird das nochmal ganz woanders bilanziert reden wir jetzt gar nicht drüber das heißt für uns fürs erste Semester für dieses Monatsbilanzverfahren die typische Vorgehensweise ist die dass bei der Berechnung der Luftwechselzahl n bei einer maschinellen B- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung diese Ausnutzung hier noch nicht berücksichtigt wird sondern später erst wenn wir die Lüftungsanlage tatsächlich auch dimensionieren da muss man einfach dran denken das heißt das heißt aber im Umkehrschluss auch dass diese Lüftungswärmeverluste HV gleich groß bleiben ob sie jetzt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung haben oder keine das wird nicht hier berücksichtigt sondern das wird später berücksichtigt bei der Endenergie man kann es hier auch berücksichtigen dann dürfte ich später nur nicht diese 4701 Teil 10 verwenden nicht doppelt gut schreiben das ist der Hintergrund so wunderbar und jetzt reden wir noch kurz über das Referenzgebäude Luftwechselzahl des Referenzgebäudes da gucken wir wieder rein also wir haben Luftdichtheit der Gebäudehülle steht da unten also mit Dichtheitsprüfung das heißt wir haben auch da einen Blower Door Test den wir ansetzen dürfen also 0,6 für die Dichtheit aber jetzt kommt noch die Lüftungsanlage dazu die steht hier da müssen wir schon mal hingucken und das ist eine zentrale Abluftanlage so und da stehen jetzt hier auch schon wieder Ergänzungen ja Sie sehen Na da hatten wir eben schon drüber gesprochen das heißt wir haben im Referenzfall eine Luftwechselzahl n des Referenzgebäudes Na mal 1 minus Eta plus nx so und gemäß Gebäudeenergiegesetz Anlagenluftwechsel 0,4 mal 1 minus 0 warum 0 keine keine Wärmerückgewinnung es ist eine reine Abluftanlage also ein Ventilator der die Luft raussaugt da ist nichts mit Wärmerückgewinnung also gleich 0 plus nx jetzt könnte man auch wieder sagen naja ist doch 0,2 verdammte Hacke denke ich da warum schreibt der Gesetzgeber das so komplizierter hin weil wenn man da jetzt mal reinguckt dann ist da diese Fußnote 1 und da steht dann beim öffentlich-rechtlichen Nachweis nach NF steht dann noch ist aber das gleiche im Gebäudeenergiegesetz muss ich für nx 0,2 nehmen für zu und Abluftanlagen und 0,15 für reine Abluftanlagen das heißt mein Referenzgebäude rechnet mit einem spezifischen Luftwechsel von 0,15 und nicht 0,2 weil es eine reine Abluftanlage ist wie man da ja nochmal sehen kann steht da unten ja reine Abluftanlage zentrale Abluftanlage und das ist ohne Wärmerückgewinnung das heißt nx 0,15 nicht 0,2 das heißt da kommt dann raus 0,55 hoch minus 1 kann man sich einmal merken für alle ihre Referenzgebäude kommt da das gleiche raus 0,55 immer das heißt die Wärmeverluste des Referenzgebäudes kann ich jetzt ausrechnen ist wieder n mal v mal 0,34 n ist jetzt 0,55 mal v Volumen ist natürlich das gleiche geblieben 641,4 Kubikmeter mal 0,34 das heißt mein Referenzgebäude hat einen etwas geringeren Lüftungswärmeverlust von 120 Watt pro Kelvin ist also etwas schlechter als mein geplantes Gebäude kann man erstmal nur so feststellen ob das schlimm ist oder nicht hängt sicherlich davon ab ob man eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hat was ich ja vielleicht vorhabe wenn ich jetzt nur Fensterlüftung mache dann ist das Referenzgebäude etwas besser bis hierhin aber zulässig wenn Sie Fragen haben machen Sie einfach das Mikro an bitte ansonsten gehen wir nochmal hoch in das Ablaufschema gucken wo wo stehen was haben wir gemacht wir haben das ausgerechnet das ist immer 0,55 steht da ja auch schon und wir haben die vorhandenen Lüftungswärmeverluste ausgerechnet mehr Wärmeverluste gibt es nicht das heißt wir können jetzt schon mal die erste Bilanzgrenze ziehen nämlich die monatlichen Wärmeverluste bilanzieren wir haben die Transmissionsverluste wir haben die Lüftungswärmeverluste auf Referenz und geplanter Gebäudeseite und jetzt brauche ich die Temperaturdifferenz und die Zeit und die Zeit geht ein in Form von Tagen des Betrachtungsmonats und ich brauche dann natürlich eine mittlere monatliche Temperaturdifferenz wo kriege ich das beides her die Temperaturdifferenz kommt aus einem Klimadatensatz den sie auch in ihrem Skript finden das ist hier das Ding das brauchen wir dann auch nochmal bei den solaren Wärme gewinnen und da gibt es mittlere monatliche Außenlufttemperaturen und zwar für den Referenzstandort Potsdam das heißt alle unsere Gebäude stehen in Potsdam nicht in Eifel nicht im Hunsrück nicht im Westerwald nicht in Koblenz nicht in Aachen oder wo sonst auch immer alle Gebäude stehen in Potsdam warum macht der Gesetzgeber das das macht er deswegen damit Gebäude miteinander vergleichbar sind das ist die Begründung dafür dass alle ihre Gebäude mit diesem Klimadatensatz Potsdam gerechnet werden das ist wie ein Prüfstand von Autos oder für Autos wenn man den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch wissen will da sagt man auch nicht wir setzen jetzt mal einen sportlichen Fahrer rein und einen energieeffizienten oder sparsamen Fahrer sondern das kommt auf den Rollenprüfstand und fertig und so ist das für Gebäude auch man muss sich also in gewisser Hinsicht davon verabschieden dass das viel mit der Realität zu tun hat was man daraus bekommt sondern das ist ein Referenzwert so wie der Kraftstoffverbrauch ihres Autos aus dem Datenblatt da gehen sie ja auch nicht ernsthaft davon aus dass sie den erreichen werden später also nicht immer zumindest und da sehen wir hier unten die mittleren monatlichen Außenlufttemperaturen für alle Monate des Jahres von Januar bis Dezember das heißt der Gesetzgeber sagt in diesem sogenannten Monatsbilanzverfahren deswegen heißt das Ding ja auch so betrachte bitte Monat für Monat guck dir an wie groß die Verluste in einem Monat sind guck dir an wie die Gewinne in einem Monat sind und rechne dir für jeden Monat einen Heizwärmebedarf aus und wir schauen uns jetzt erstmal an die mittleren monatlichen Verluste da brauchen wir jetzt erstmal noch eine Zwischenbetrachtung zur Erläuterung was wir ja machen wollen ist wir wollen eine Energiemenge ausrechnen wir haben die Transmissionsverluste wir haben die Lüftungswärmeverluste und wollen jetzt mit der Temperaturdifferenz und der Zeit multiplizieren wenn wir uns jetzt die Einheiten dazu anschauen dann sind die Verluste in Watt pro Kelvin aufgeführt die Temperatur natürlich in Kelvin und das was wir am Ende rausbekommen wollen ist die Einheit die Sie von der Stromrechnung kennen am Ende wollen wir Kilowattstunden haben und jetzt sollen wir ja die Zeit einsetzen in Form von Tagen eines Monats das passt dann aber nicht von der Einheit das heißt die Kelvin fallen raus das ist schon mal gut und wenn ich das jetzt so durch multipliziere kommt als Einheit Watt Tag raus oder Watt Tage kommen da raus das heißt ich muss mit etwas multiplizieren was das Ganze korrigiert so dass dann Stunden rauskommen und ich noch diese diese Vorsilbe Kilo habe das heißt ich muss multiplizieren oder erst mal dividieren durch 1000 dann habe ich die Vorsilbe Kilo da drin aus Watt Tagen werden dann Kilowatt Tage wenn ich durch 1000 teile und ich muss multiplizieren mit einem Korrekturfaktor dass Tage rausfallen und dafür Stunden auftauchen dann kürzt sich nämlich hier die Tage mit den Tagen weg und ich habe dann Kilowattstunden da stehen so wie ich es haben möchte naja und ein Tag hat nun mal eben 24 Stunden insofern ist das der Korrekturwert der dann da auftaucht 0,0024 das ist der Korrekturwert den ich da noch dahin schnallen muss um auf die Einheit Kilowattstunden zu kommen das ist der Umrechnungsfaktor das sehen wir steckt oben in der Formel auch drin und jetzt müssen wir noch kurz über die Temperaturdifferenzen sprechen die Temperaturdifferenz eines Monats naja die ist immer definiert als die Differenz zwischen der Innenraumluft und der Außenraumluft wo kriege ich jetzt was her wir kriegen die Außentemperaturen aus dem Klimadatensatz bleibt die Frage wie groß ist die Innenraumtemperatur meines Gebäudes und wenn ich sie jetzt da fragen würde dann würde der eine vielleicht sagen mir reichen 18 Grad mir ist immer eh viel zu warm der andere würde sagen ich brauche schon irgendwie 22 23 Grad weil der Gesetzgeber aber sagt das Ganze soll vergleichbar sein gibt der Gesetzgeber auch die Innenraumluft Temperatur vor und da sind es immer 19 Grad Celsius machen wir es jetzt auch nicht komplizierter das ändert sich ein bisschen bei einem anderen Berechnungsverfahren das heißt Temperaturdifferenz 19 minus Außenlufttemperatur zum Betrachtungsmonat und dann kann ich jetzt die monatlichen Wärmeverluste berechnen und das mache ich jetzt für mein Beispielgebäude immer für den oder nur für einen Monat und sie müssen es aber für alle Monate machen ich mache das hier jetzt für den Monat April geplantes Gebäude das heißt die Größe die ich habe nennt sich Q Loss Losses Verluste für den Monat April und das ist Umrechnungsfaktor 0,2024 multipliziert mit der Anzahl der Tage des Monats April 30 Tage wenn sie sich das also können sie nachgucken wenn sie es nicht wissen multipliziert mit der Temperaturdifferenz 19 minus und die Temperatur die mittlere monatliche Temperatur im Monat April beträgt 9,2 Grad Celsius multipliziert mit der Summe Transmission und Lüftungswärmeverluste und jetzt rechne ich etwas gerundet und sage 150 Watt pro Kelvin das sind meine Transmissionsverluste und die Lüftungswärmeverluste sind 130 Watt pro Kelvin hier muss dann auch noch Kelvin hin dann passt die Einheit und dann habe ich im Monat April Wärmeverluste in der Größenordnung 1976 Kilowattstunden das sind die Wärmeverluste im April wenn ich also jetzt keine Wärmegewinne hätte sie haben keine Fenster sie haben keine internen Wärmequellen dann wäre das der Heizwärmebedarf Herr Morbe Sie hatten sich gemeldet Ja genau ja an der Stelle ist es nicht durchgängig also dass der der Grund dafür ist dass die Normen natürlich nie alle gleichzeitig weiterentwickelt werden und das heißt da hat sich im Bereich der Wärmebrücken irgendwann eine Anpassung ergeben auch aus Gründen der Schimmelpilzfreiheit und so weiter und da rechnet man mit 20 Grad Celsius das hat man dann angepasst in dem neuen Berechnungsverfahren der 18599 da rechnen wir dann auch mit anderen Innenraumtemperaturen aber im Verfahren der 4108 ist das noch alt 19 Grad so das wären die Wärmeverluste im April meines geplanten Gebäudes jetzt können wir das für das Referenzgebäude auch rechnen also Q Los Referenz oder April Referenzgebäude 0,024 mal Temperatur ist natürlich die gleiche Temperaturdifferenz nur dass ich jetzt andere Wärmeverluste habe Transmission 200 Lüftungswärmeverluste etwas kleiner das heißt ich komme hier auf 2259 Kilowattstunden Wärmeverluste im Monat April So das heißt das ganze schreit ja nahezu nach einer Excel Tabelle ziehen sie sich die Temperaturen rüber oder rein und dann haben sie es relativ schnell auch fürs ganze Jahr berechnet da fehlen die 30 Tage da fehlen die 30 Tage Sie haben völlig recht wenn man zu schnell sein will ich klemm die mal dahinter dran Dankeschön natürlich fehlen die 30 Tage So das sind die Wärmeverluste unseres Gebäudes und jetzt werden wir nach der Pause auch sprechen über die Wärmegewinne unseres Gebäudes bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal